Länger überleben nur mit den mythischen Teenage Mutant Ninja Turtles Items, gegen Standardskill und nur 9,9% der Leute haben diesen Kanal abonniert, also lasst doch mal gerne ein Like und ein Abo da, Freunde, würde mich sehr, sehr freuen, warum schaut ihr die Videos ab und abonniert nicht? Das Video ist so krass geworden, Crater Code 7, let's go ins Video. Wir dürfen nur Ninja Turtles OP Waffen verwenden, Bro. Also nur die mythischen Items. Nur die mythischen Items, es gibt ja mythische Items aus den Loot Drops und wenn du Glück hast, gibst die sogar in Automaten, Bro. Ah, dann kann man die auch holen jetzt, ne? Ja, 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 das Ding ist halt, bei mir landen hier einige, oh Gott, bei mir sind hier einige Leute, Bro. Bei mir ist niemand, bei mir ist gar niemand, ich hab hier schon mal ne Waffe, aber es wird mir ja eh nix. Ich hab hier wenigstens schon mal ne Sprudelflasche, also ich muss theoretisch entweder warten, bis die Loot Drops runterkommen oder ich find hier einfach so ein Automaten, wo die Waffen drin sind. Und hast du eigentlich von dieser geheimen Waffe gehört, die es in einer Million mal nur einmal geben soll? Von ein, also einmal in eine Million? Das soll die super schurken Ninja Turtle Waffe sein, die in den Loot Drops drin ist. Ach so. Die soll nur sehr selten rauskommen, vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir diese OP Waffe bekommen, Freunde. Und die könnten wir heute kriegen, oder was? Die könnten wir heute kriegen, ob die in Malfall, boah, hier ist auf jeden Fall kein Automat. Ich muss erst mal hier, ey, fahren eigentlich Ninja Turtles Lamborghinis, save, oder? Nee, Bro, nur Hoverboard, Hoverboard. Nein, die fahren Lamborghini, Junge. Ja, ich fahr Hoverboard, Leute, ich bin ein gestreiter Ninja Turtle. Also ich sag mal so, ich hab noch gar nichts Gutes. Ich such grad noch meine Sachen. Oh, oh, bei mir direkt... Bro, sind wir reingestiegen? Hä? Was? Nein, nein, Bro. Nein, aber nicht. Er schießt auf mich. Okay, das ist klar. Er schießt auf mich. Äh, das gibt's nicht. Was passiert da nicht hier? Oh, nein. Oh, jetzt haben sie mich gekillt, Bro. Ey, haben sie dich getötet. Ey, hier, nimm doch meine Krone, ey. Ich geb euch doch meine Krone, warum haben die mich gekillt? Ey. Aber ich kann dich holen. Äh, guck mal, die tragen mich jetzt hier rum. Ey, was hab ich dir denn getan, Junge? Ich bin doch nur Ninja Turtle. Warte, 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 warte. Ich komm zu dir. Das ist ja voll fies, Bro, ich sag's ehrlich. Also, was die gemacht haben, und die tragen mich jetzt hier rum, Saville. Ich bin unterwegs, ich komm schon. Alles gut, ich hab deine Karte. Hä? Was für Assis. Ja, die wollten mich grad, äh, die wollten mich grad noch heilen. Wollten mich sogar am Leben halten. Aber du musst auf jeden Fall wiederbeleben. Ja, ja, safe. Weil sonst 5-Minuten-Regel, Freunde, ihr wisst, das ist die 5-Minuten-Regel, wo man, wenn man innerhalb von 5 Minuten stirbt, neu starten kann. Aber wenn Saville mich jetzt wiederbelebt, geht's natürlich ganz normal weiter. Ich bin gestanden. Ey, du hast, ey, warum hast du Waffen? Ich hab die einfach nur so aufgehoben. Also, ich hab damit keine Kills gemacht. Alleine, dass du dich schon im Vental hast. Nee, alles okay, alles gut. Bro, ich hab die einfach nur aufgehoben gehabt. Nee, also, da sag ich ehrlich, schwierig. Ich hab die einfach nur aufgehoben gehabt. Ja, also, schwierig. Also, eventuell können... Hör, hier sind welche. Ja, das sind die, glaub ich. Warte mal. Warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wird Saville es schaffen, mich wieder zu beleben, Leute? Ich... Komm, 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 komm. Ich komm, ich komm. Komm, da ist deine Karte da vorne. Schnell. Da vorne ist deine Karte. Schnell. Bin da. Ich glaub, vorne müsste ein Jump Pad sein. Ja. Da kannst du mich eigentlich in der Mitte direkt holen, weil da müsste auch ein... Hab deine Karte, Brü. Geh auf Jump Pad. Geh auf Jump Pad. Wo ist am nächsten hier? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, ich geh da hin. Da ist besser. Ja, okay, okay. Da ist weniger los. Oh, okay, Freunde. Wir müssen die Runde nicht neu starten. Saville belebt mich hier wieder. Das einzige Problem ist nur, ich hab keine Waffen. Da musst du neue holen. Oh, das wird extrem hardcore sein, ne? Musst du neue holen. Ich sag dir ehrlich, wenn wir am Ende beide gleichzeitig gewinnen, ne? Ja. Entscheidet, wer mehr Kills gemacht hat mit den Ninja Turtles Waffen. Okay, okay, okay. Ich hab dich gleich die Hälfte schon voll. Wie heißt dein Ninja Turtles? Ich bin ja Raphael. Ich bin der Blaue. Ich glaub, ich bin Leonardo, oder? Du bist Paulberger. Du bist der Paulberger. Ich bin Leonardo, was ist Paulberger? Du bist der Paulberger, du. Du bist Paulberger. Raphaels Dinger hab ich. Das sind die Roten. Raphael ist rot. Ey, guck mal, hier ist Dinger. Hier ist Automat für dich, falls du Wiggis brauchst. Nein. Ne, 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 ich mein Biggies und so. Ach so, ja. Aber hier ist noch ne Waffe. Hier ist der Stab. Und es gibt noch... Ja, ich seh gerade, hier bei Reckless Railways gibt's doch was. Ey, aber das sind wenig Loot Drops grad runter. Komm mal, ich glaub, es kommen noch welche runter. Ja, ja, aber ich glaub, die haben auch die Waffen aufgehoben. Deswegen. Meinst du, dass die... Ja, ja, safe, safe, safe. Wir sind schon beliebt, aber wir holen uns jetzt unsere... Ey, Bro, wenn du mir die klaust, dann raste ich aus, ne? Ich sag ehrlich. Hä, ich hab doch schon welche. Ich kann ja... Ja, aber... Ja, ich dachte grad, du hast noch 31 Aktionen, willst mir die klauen, dann wäre ich hier durchgedreht. Nein, 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 nein. So assi bin ich nicht. Ist man ja von dir gewohnt. Evel, wir wissen das beide, dass du, äh... Ey, vielleicht sehen wir gleich noch mal die Typen wieder, die mich am Leben gelassen haben. So, ich bin gespannt. Und dann, wenn ich jetzt natürlich da diese 1 zu 1 Million Waffe drin habe, war's das gewesen mit dir? Ja, aber wie sehen die aus? Was kann die denn, die 1 zu 1 Million Waffe? Ey, weißt du das nicht? Nee. Ich kann Schildkröten schießen. Was? Ja. Okay, das ist verrückt. Das ist verrückt. Hast du die noch nie gesehen? Ne, noch nie. Noch nie. Dankeschön. So, Stani. Und das Ding ist, du bist Fortnite News YouTuber, weißt du, was ich meine? Ja, ich kenn die nicht. Die ist so geheim, Bro, dass ich die nicht kenn. Ey, wenn du mir jetzt die Waffe klaust, Zaiwisch. Ich kann die dir gar nicht klauen. Nee. Ja, wie? Hä? Du, klar, du kannst doch mehrere Mütze. Nein, es geht nur eine. Geht nur noch eine? Ja, ja. Ich dachte, ich hab mal keine mehrere Mütze. Nee, nee, es geht nur eine. Aber das Ding ist, das Gute ist... Aber ich nehm auch... Ich nehm trotzdem den Stab. Hier, komm, mach auf. Aber lass tauschen. Warum? Weil ich hab Raphael Zai. Das sind deine. Guck mal, ich hab die da. Hier, gib dir mal. Das sind eigentlich deine. Das sind deine roten. Siehst du? Ah, stimmt. Aber, Bro, der Stab sieht irgendwie ein bisschen cooler aus. Ich sag dir, der Stab ist das coolste von allen. Sag dir, Real Talk. Der ist krass. Guck mal hier. Sag mal. Das ist so heftig. Mach mal deinen Special-Schlag. Hoch und dann... Boom. Alter. Okay. Okay, okay, okay. Hier geht's ab. Also, ich denk mal, damit werden wir auf jeden Fall einige fertig machen. Äh, vor uns Medaillenträger, ne? Oh, äh. Also, ich sag dir ehrlich, also gegen Medaillenträger hatte ich jetzt eigentlich nicht so Bock zu fighten. Bro, aber zu zweit? Ey, die kommen zu uns. Die sind genau bei uns. Oh, ich schau rein, Bro. Ich schau rein, sorry, Bro. Step, 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 step. Ich schau rein, ich schau rein, Bro. Ich schau rein. Hau rein, Bro. Äh, der... Das ist mein PC. Digga, was bauen die alles? Digga, hau rein, Zeffel. Hau rein. Mein bester. Ich hab's auch nicht vermetzt. Ich hab nichts. Vielleicht gehst du dir jetzt auch down. Nein, 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 nein. Leute, ich beobachte die mal kurz hier ein bisschen. Sehen die dich? Sehen die dich, oder? Nein, ich bin im Busch, Bro. Ich bin im Busch. Geht ihr an dir vorbei? Lava. Äh, die bauen da noch immer. Die haben sich irgendeine Festung gebaut. Äh, die haben uns wahrscheinlich gehört und haben jetzt direkt Panik bekommen. Das sind übelst. Die Schwitzer, überleg mal. Die hören uns da und werden direkt... Also, ich will einen Kill machen, aber ich muss mir Noobs raussuchen. Ich muss Noobs rauspicken. Oh, jetzt hat er gescannt. Nein, die haben gescannt. Die wissen, wo ich bin. Okay, ich muss weg. Das sind Schwitzer. Bro, die haben gescannt einfach. Junge, alleine, dass sie diesen Bot sich geholt haben, da weißt du schon Bescheid. Die haben einfach gescannt auch noch mit dem Bot. Ich glaube, sie killen, ich muss abhauen. Das kannst du vergessen. Ich muss abhauen, ja. Das bringt gar nichts, da reinzugehen. Ey, das wird richtig knapp am Ende, ne? Wir haben beide jetzt noch null Kills, Freunde. Ja. Das kommt echt drauf an jetzt. Aber ich sag dir, ich gehe jetzt schon Richtung Gegner. Also, ich werde jetzt hier Gegner anvisieren. Oh, da wird jemand gerewived. Na gut, aber... Mach keinen Sinn. Hinten Loot Drop, aber nee, ich gehe hier lang. Guck jetzt mal, wo da Leute sind. Ich muss irgendwelche Noob-Gegner finden. Bitte, bitte, bitte. Irgendwelche Noobs, die hier rumrennen. Es leben halt auch nur noch... Nur noch. 32 Leute, ja. Ah, Bro, das ist schon viel und ich hol mir jetzt erstmal die G-Klasse. Ich hol mir jetzt erstmal die fette G-Klasse hier. Hey, wo sind denn die... Oh, die Fighten. Ey, ich kann vielleicht auch absch... Das sind Leute bei mir. Hier hat der Gehwived. Oh mein Gott. Okay, ich hol mir die. Ich hol mir die, ich komm zu dir. Bro, bei mir ist jemand. Er schießt auf mich. Ja, wenn du down gehst, 5 Minuten... Ey, Junge, 5-Minuten-Regel ist vorbei. Wenn du down gehst, die 1000 Euro gehören mir. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, Bro. Das sind zwei. Bitte, 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 rede nicht. Bitte, rede nicht. Oh mein Gott. Jawohl. Boom. Bro, er killt zwei Bots. Er killt zwei Bots. Bots oder nicht, ist ein Kill. Ist ein Kill. Beziehungsweise zwei Kills, Leute. Ist das krank, Leute. Das war jetzt lucky. Ja, also... Aber ist alles gut, alles gut. Die Runde soll nicht vorbei, glaub mir. Er fährt hier mit seiner G-Klasse rum. Junge, ich wollte ihnen sogar helfen. Was für helfen? Du wolltest mir die Kills klauen. Nee, ich wollte dich supporten, aber... Was für helfen? Er labert helfen, Leute. Weißt du, dass ich meinen Fortnite nicht so ganz verstehe, warum sie die mythischen Waffen nicht noch ein bisschen stärker machen? Die sind schon krass stark, finde ich. Ja, aber man benutzt die eher so für Movement. Ich sag dir ehrlich, ich hab noch nie jemanden gesehen, der die Serious spielt. Boah, das wirst du mal gleich sehen. Kann ich eigentlich. Ich kenn die, ich kenn die. Ja, ist gut, ist gut. Gucken wir mal. Hier nochmal eine Kiste, Leute, für uns. Mal gucken, was hier drin ist. Ja, das Problem ist, gegen Medaillenträgerbräufe... Darf ich Geschützturm verwenden? Nee, ne? Auch nicht. Nee. Hä? Junge, wir machen hier die Only Ninja Turtle Challenge und du... Lass mich doch fragen. Oh, bei Stunny sind Gegner. Medaillengegner. Ey, Stunny, komm mal zu dir. Okay? Ja, alles gut, brauche ich einen Kill. Laber nicht. Ein Medaillengegner down. Oh mein Gott, Leute, ich muss zu Stunny, er hat einen down. 2 zu 1. Ey, der darf nicht den zweiten kriegen. Komm schon. Die kommen mit Bord hinter mir. Bro, wenn wir zu 2 draufgehen, ist es noch krasser eigentlich. Gleichzeitig draufgehen wäre heftig. Ich komm jetzt. Nee, nee, ich... Also... Ich weiß halt nicht, Bro, wenn die Medaille haben, das ist schon OP. Hm, aber wenn wir Medaille haben, auch krass. Ja, Sam, ist die da unten. Deswegen komm ich jetzt mal kurz. Bro, hä? Wie sieht der mich? Sind die oben oder unten bei der Brücke? Bro, der ist hier grad neben mir mit dem Driftboard. Ich komm jetzt. Das Ding ist, einer ist alleine, Bro. Einer ist alleine jetzt. Wo, 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 wo? Den könnten wir rauf, auf den könnten wir rauf, Bro. Okay, Bro. Guck mal, ich bin hinter dem, er checkt mich nicht. Lass drauf, lass drauf, lass drauf. Lass drauf, lass drauf. Komm. Ja! Dein Ernst, Bro, dein Ernst, dein Ernst, Junge. Der ist in der Krone, Junge. Dein Ernst, Sam. Oh mein Gott. Alter, der klaut mir so nicht viel. Oh, der hat mythische Waffe. Junge, das war... Wo, wo, hinter uns? Hier ist er. Hab ich... Junge, was? Nee, du hast ihn, oder? Nee, ich hab ihn. Ich hab ihn. Bro, du bist der größte Killstealer, den EU-Wesst, Junge. Ja, Bro, was soll ich machen? Hör doch mal auf, Alter. Ohne Spaß. Ich werd nicht mehr mit dir auf irgendwelchen gehen. Wie viele Kills hast du? Einen, ne? Ja, Bro, ich hab einen Kill, Junge. Ja, Leute, was soll ich machen? Alter, die hatten sogar beide eine Krone gehabt. So, ich geh zweiten zu Gegen... Junge, der hat sogar mythische Waffe gehabt und wir haben ihn einfach fertig gemacht, Leute. Also, die waren echt schlecht. Die waren echt schlecht. Die waren richtig schlecht. So, ich geh jetzt mal zur Insel. Ey, das gibt's nicht, ey. Boah, das ist knapp. Junge, ich mach wirklich den meisten Schaden. Seville kommt hin. Bro, was laberst du? Junge, ich hab den meisten Schaden gemacht, du dummen Schüler. Weißt du, warum? Ich den gekillt hab, Bro, weil ich diesen Jumpsprung gemacht hab. Junge, rede einfach nicht, Junge. Rede bitte nicht, rede bitte. Glauben wir halt nicht. So, insel noch welche, Leute? So, ich geh jetzt erst mal zu inselig verschaffenen Überblick jetzt. Ja, ja. Hier, oh Gott, ich seh ihn, Leute. Wo ist er? Weiß ich nicht. Digga, wenn du jetzt drauf gehst, bist du down, ne? Wenn du jetzt down gehst, bist du down. Ich muss nur Risiko machen. Ich muss nur Risiko machen. Es leben ja noch einige. Oh mein Gott, der belebt die wieder. Wo, wo, wo? Wo ist der? Oh, da hinten. Bro, was? Bist du schon am Falten? Bam! Alter, wie viele hast du? Bro. Zwei Leute, zwei Leute nur. Zwei Leute. Zwei Leute nur. Oh mein Gott. Okay, das wird krank. Oh mein Gott, der hat den gerade wiederbelebt. Hä, wo ist hier das? Oh mein Gott, Junge. Das war halt Lucky. Alter, Leute, was fehlt ab? Wie krank gehen die Waffen bitte ab, Junge? Ich sag ja, die sind krass. Ich frag mich jetzt nur, wo die anderen hier sind. Du hast fünf Kills, ne? Äh, nee, ich hab vier. Ich hab vier. Du hast drei. Oh mein Gott, dann fehlt mir ja nur noch einer. Jaja. Vier Kills gegen drei Kills. Und dann hast du sogar noch zwei geklaut. Ah, ha, ha, ha. So sieht's nämlich aus. Jetzt mal gucken. Okay, Leute, da hinten ist ein Medaillentyp hier noch. Gehst du echt? Oh, Standardspiel wird bedroht. Junge, wer bedroht mich? Ich guck mal von hier oben, ob hier jemand ist. Ich hau ab, Leute. Wir müssen jetzt clevere Ninja Turtle Super Tactics machen. Oh, Bro, guck mal. Ich kann ja Dinger mitnehmen, ne? Kreifhaken ist ja erlaubt. Ist ja nicht... Oh, Alter, das ist schon... Nein, ist nicht erlaubt. Warum? Nein, nur Heal ist erlaubt, du dumm Schüler. Ja, Bro, er tut einfach seine Regeln ändern. Junge, wir machen die Ninja Turtle Challenge durch die Kreifhaken Challenge, Alter. Also ich sag dir, dass du Kreifhaken jetzt gefunden hast, du hättest safe Kreifhaken genommen. Junge, nein, ich hab Kreifhaken schon gesehen, das finde ich nicht. Aha, aha. Übrigens, die Medaillenträger kommen gleich zu uns, glaube ich, auf die Insel. Jaja, alles gut. Ah, soll ich Pizza mitnehmen oder nicht? Junge, ich muss auch einen Gegner finden, Leute. Ey, was wird passieren, wenn ich die Insel einnehme mit den mythischen Items? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich nehme jetzt die Insel ein. Nee, mach nicht. Doch. Da kommt jetzt eine Million Item jetzt raus. Junge, die haben hier beide zwei... Oh Gott, die haben hier zwei Medaillen vor mir. Junge, es leben nur noch, glaube ich, Medaillenträger, ne? Ja, das kann sein. Also, ich sag dir ehrlich, ich werd mich nur einmischen mit Dings, wenn die fighten. Ja, ich auch. Hier, du fährst da mit dem Auto rum, ne? Als gibt's keinen Morgen. Und die Medaillenträger sind direkt hinten. Oh mein Gott, die kommen zu mir. Die kommen zu mir. Ich hau ab. Ich hau ab. Hau ab, Seville. Geh down. Hä? Sind doch die... Ja, aber... Die fliegen doch. Ich sag dir ehrlich... Die fliegen, Bro, die fliegen vorbei. Aber ich sag dir ehrlich, Seville, wenn du jetzt down gehst, dann hab ich quasi einen Vorteil, ne? Ja, das stimmt. Aber du musst trotzdem die Kills machen. Leute, ein Kill-Unterschied gegen Stunny. Das wird richtig knapp. Ja, also du bist auf jeden Fall nicht safe. Du musst halt noch ein Kill machen. Okay, ich hab Insel eingenommen. Alter, drei legendäre Waffen, Bro. Das ist schon hart. Guck mal, zwei, vier... Also, es könnte noch ein... Es ist auf jeden Fall noch ein Team, ohne Medaille unterwegs. Ja, da hinten gibt's Fights. Oh, die schießen auf dich, Bro. Die schießen auf dich. Guck mal hier unten, Leute. Mal gucken, ob die gut sind. Ja, die bauen mit Metall direkt. Warte mal. Oh mein Gott, die anderen... Bro, die anderen schießen auf dich. Wir können vielleicht abstauben. Ja. Oh, Leute, ich muss hier aber gucken. Vielleicht ist hier noch ein Saver-Kill irgendwo. Warte mal, Leute. Ich will jetzt auf jeden Fall nicht draufgehen. Das Ding ist, wenn die fighten, müssen wir... Oh mein Gott, die fighten. Ich... Bro, ich... Ich geh drauf. Ich... Da wurde eine getötet. Die sind auch weiter schon down, Bro. Die sind weiter schon down. Nein. Nein. Jetzt beide weggehauen. Das sind Pros. Die einen sind Pros. Das ist das Ding. Die einen sind big Pros. Die sind direkt da unten vor mir. Und die haben jetzt noch eine Medaille extra. Yep. Ich muss irgendwo, Freunde. Ich könnte noch ein... Ich könnte hier irgendwo noch Kills machen. Ich sag's für Spielrap. Wenn ich jetzt noch welche finde alleine... Ich glaub, ein Einzelner lebt auch noch. Also es leben noch fünf Teams mit uns. Okay, ich muss in die Zone. Ein bisschen. Ja, und ein Einzelner. Oder zwei Einzelne sogar denn. Jetzt mal gucken. Ich glaub, die wissen, dass ich hier bin. Die haben mich anvisiert, Freunde. Vor mir, Leute. Vor mir, Leute. Ah, die schießen. Ja, die schießen auf mich. Wenn Savvy jetzt down geht... Könnten wir das Ding hier machen, Freunde. Ja, die schießen auf mich, Freunde. Ich muss abhauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die schießen auf mich. Oh mein Gott, die schießen auf mich. Ich geh in die Zone. So, hier ist einer bei mir, Leute. So, Leute. Ich muss in die Zone rein, weil die schießen auf mich. Let's go. Trefft ihr mich von da hinten? Nein! Er überlebt mit 1 AP, Bro! Er überlebt mit 1 AP! Mann, ey, das gibt's nicht, Bro! Er überlebt mit 1 AP, Junge. Ich schwör auf alles, Junge. Ja, okay, stark. Ich wollte nur noch einen Klee machen, Bro. Er war so ein Losti, Junge. Der Typ, oder was? Ja, ja, Bro. Also, den kannst du locker holen. Jetzt mal gucken. Also, vielleicht kann Savvy mich ja nochmal wiederbeleben, aber... Ich versuch's. Ich versuch's. Das war ja so ein Losti, Bro. Er hat wirklich 1 AP, Bro. Er hatte 1 AP, Real Rap. Der hat 1 Schuss gut gebrochen, Bro. Er tut zu weißen. Er tut zu... Nein, er hat schon. Ja, ja. Mongral, Bro. Ist Mongral. Er hat schon. Okay, er fliegt direkt hin. Ich probier jetzt, die zu holen, Freunde, auf Ehre. Nee, hol mich, hol mich, hol mich, hol mich, hol mich mit Dings. Da. Ja, guck mal hier. Guck mal hier, Leute. Einer down? Ja, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Nimm Pizza, 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 Bro. Ja, warte. Der andere ist wahrscheinlich, der andere hat doch keine Waffen, Bro. Ich hol dich jetzt. Wo ist deine Karte da direkt? Liegt, ne? Aber finish den erst mal, finish den erst mal, bro. Ja, warte. Der andere ist halt hier. Ja, aber der hat keine Waffen, Bro. Der keine Waffen. Soll ich den killen? Also, der ist gerade respawned, Bro. Oh, die anderen schießen aus dem Misch. Warte mal, du könntest mich vielleicht rebooten. Soll ich probieren, Bro. Ich probiere. Ah, nee, geht nicht. Der geht nicht. Warte, 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 gleich, 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 gleich. Eine Sekunde, Bro. Glaub mir, jetzt. Jetzt. Digga, wenn das klappt. Oh Gott, wenn das klappt, Leute. Wenn das klappt. Dann gewinnen wir die Runde noch. Wie, komm. Du schaffst es. Du schaffst es. Hau ab, direkt. Die werden auf die anderen gehen. Hau ab, hau ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, was? Oh mein Gott. Bro, ich hab's geschafft. Hau ab, Bro. Hau ab, ich hab. Bro, du musst abhauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Selvin ist der beste, Leute. Rennt so weit, du kannst. Du kannst, Bro. Alter, ich rüber weg, ich rüber weg. Ey, da ist doch so ein Drop hier. Ja, guck mal. Die Noobs sind down. Die Noobs sind down? Ja, die Noobs sind down. Ey. Ja, aber warte mal. Das Problem ist jetzt, du hast keine Waffen, ne? Oder kannst du dir irgendwie eine sneaken? Ich hab noch Blue Life für dich und so. Wie soll ich die killen? Ich werde mich probieren, mit dir anzufreuen. Ich sag dir ehrlich. Bro, komm mal her, komm mal her. Warte, ich geb dir wenigstens Blue Life. Komm mal her. Ja. Ich geb dir Blue Life. So. Ey. Oh Mann, da ist... Ey, schade. Da liegt doch safe noch eine mythische Waffe oder so. Oh, okay, die kommt. Ich seh die. Nein. Du bist dran. Bro, S1-Hit. S1-Hit, Bro. S1-Hit. Ja, ich sag dir, bei mir war der auch 1-Hit gewesen. Ich werde mich probieren, ihn anzufreuen. Probier mal. Was, hä? Warum schießt der? Komm schon. Freund dich an, Bro. Freund dich doch an. Ja, mach der nicht. Ja, doch, doch, warte. Der eine vielleicht, ja. Oder? Ja, der eine ist korrekt, der andere aber nicht. In Zone, Zone kommt. Ja, GG. Leute, irgendwas ging hier los hier. Mein PDF-Programm ging auf. GG, Leute. GG. Level hat fair geworden, muss man sagen. Easy. Lasst Like und Junge, die waren Level 300 und so gewesen. Alter, WTF. Ist das traurig, Leute. Lasst Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Das war's gewesen.